Wir befinden uns hier bei unserem aktuellsten Projekt, das Projekt Vincent. Das ist in der Ecke Ruprechtstraße, Gabrielenstraße. Ehemals stand hier eine entsprechende Hochgarage plus auch nochmal ein Innungsgebäude. Wir haben das gesamte bestehende Ensemble zwischenzeitlich zurückgebaut. Also auch vor dem Nachhaltigkeitsgedanken haben wir versucht, einen Großteil des Betons wieder dem Zyklus zuzuführen. Also ungefähr 80 Prozent werden im Straßenbau wiederverwendet, 20 Prozent dann auch in Form von Neubauten. Wir sehen mittlerweile, dass eigentlich die komplette Bohrpfahlwand inzwischen gesetzt worden ist. Die entsprechenden Verankerungen, die sieht man da auch, das sind diese kleinen grünen Punkte, die sitzen quasi im Erdreich. Die sind da ungefähr 10 Meter tief, weil die Bodenverhältnisse sind hier recht komplex. Unten zu sehen inzwischen auch schon mal ein Teil der Bodenplatte, die betoniert wurde. Auch hier haben wir uns Gedanken gemacht, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Wir haben hier eine Faser-Zement-Bodenplatte. Die hat den Vorteil, dass wir nochmal große Mengen an Stahl sparen können. Ich glaube, wenn man hier so runter guckt, dann sieht man schon, dass es immer noch sehr, sehr viel Stahl da drin ist. Aber gemäß den Berechnungen würden wir auf diesen Faser-Zement an der Stelle verzichten, hätten wir nochmal deutlich mehr Faserbeton bzw. deutlich mehr Stahl an dieser Stelle. Und wir planen jetzt in den nächsten Wochen damit, die Bodenplatte fertig zu stellen. Dann werden wir auch hier neben dem ersten Kran auch nochmal einen zweiten Kran haben in der Gabrielenstraße. Der ist dann auch entsprechend erforderlich, um die entsprechenden Wände zu stellen und dann wird es nach oben gehen. Ich denke, dass wir wahrscheinlich im März nächsten Jahres werden wir so auf Erdniveau sein mit dem Stahlbetonbau. Und dann geht es entsprechend nach oben und ab dem Erdgeschoss switchen wir auch ein Stück weit, was die Bauweise angeht, hinein in einen Holzhybridbau. Das ist ja auch hier unser Anspruch, einen möglichst hohen Holzanteil entsprechend zu verwenden im Sinne der Nachhaltigkeit und auch der CO2-Einsparung. Und wenn wir dann auch noch ein Stückchen weiter sind, dann geben wir auch das ganze Thema der Begrünung an. Wir haben ja schon auch ein, zwei Visualisierungen mal gezeigt, weil auch das Thema, glaube ich, ist ein sehr wichtiges in der Zukunft. Ich habe immer gesagt, es ist unser Anspruch, hier vieles mitzudenken. Vielleicht machen wir an der Stelle auch nicht immer alles ganz perfekt, aber es ist zumindest unser Anspruch, hier ein möglichst grünes, nachhaltiges Gebäude zu setzen. Und das auch in sehr, sehr enger Abstimmung mit dem Markt, weil wir sind natürlich sehr, sehr eng auch an unseren Käufern dran. Also wir haben zwischenzeitlich jetzt im Wohnteil bereits 50 Prozent der Wohnungen verkauft zu einem sehr, sehr frühen Stadion. Das ist, glaube ich, schon etwas Besonderes, auch in der aktuellen Zeit. Und parallel sind wir auch in sehr, sehr engen Abstimmungen mit möglichen Interessenten für diesen Büroteil. Wir befinden uns jetzt gerade auf der Botenplatte im dritten Untergeschoss. Jetzt eine andere Perspektive als von oben. Was man im Hintergrund sieht, sind also diese Bohrpfähle. Diese türkisen Punkte sind die Verankerungen im Grund. Das macht man, damit die Bohrpfähle nicht in die Baugrube kippen. Grundsätzlich ist es ein üblicher Verbau in der Innenstadt, der eben auch gedacht ist, um die umliegenden Gebäude zu schonen. Das ist also der erste Schritt, die Fertigstellung der Baugrube. Dann fängt es an mit der Botenplatte. Das sieht man hier. Wir haben hier eine besondere Art der Botenplatte aus Faserzement. Das sind eben kleine Metallnadeln, die in dem Beton eingemischt werden. Damit hat man auch eine erhebliche Ersparnis an Rundstahl, was die Betonage wiederum erleichtert bzw. den Bau beschleunigt. Ansonsten sieht man hier den abgelagerten Stahl, der für die restlichen Teile der Fundamentplatte gedacht ist. Ansonsten ist es heute ein bisschen ruhiger. Das liegt eben daran, dass der zweite Bauabschnitt so gut wie fertiggestellt ist für die Betonage, die die nächsten Tage zu erwarten ist. Etwa an dieser Stelle wurde am 14. September der Grundstein gelegt. Das wird mittlerweile schon einbetoniert. Hier schauen die Eisen raus. Liegt daran, dass auch hier ein kleiner Überzug geplant ist. Was man vielleicht auf dem Bild erkennt, diese Schläuche hier, die sind deswegen da, weil wir uns mit der Bodenplatte und dem ganzen Gebäude im Grundwasser befinden. Das heißt, das anfallende Grundwasser wird hier abgepumpt, weil sonst würden wir hier im Wasser stehen und über eine entsprechende Brunnenanlage wieder ins Grundwasser zurückgeführt. Was auch interessant ist oder eine Besonderheit für die Baugrube, das sind eben diese Aussteifungen in dem Eck. Die sind notwendig gewesen, weil man aufgrund der Baugrundverhältnisse dort nicht hat rückverankern können. Ja, wir sind froh, dass wir es nur an diesem Eck machen müssen, weil abgesehen von den Kosten, die natürlich auch den Bauablauf erheblich behindern. Die Verstrebungen werden dann entsprechend dem Bauablauf, wenn dann die Deckenplatte über 3 UG ausgehärtet ist, kann dann die untere Verstrebung schon entfallen und so werden die dann sukzessive auch wieder abgebaut. Also das heißt, sie verbleiben nicht im Gebäude, sondern werden dann wieder rückgebaut entsprechend dem Baufortschritt. Das heißt, sie verbleiben nicht im Gebäude, sondern werden dann wieder rückgebaut. Das heißt, sie verbleiben nicht im Gebäude, sondern werden dann wieder rückgebaut.